Moin, Teletubbie, Zurückwinker, Schattenparker, Schüttler, nicht vor 6 Uhr abends, Trinker und öbler Mitbewohner. Falls ihr noch Peter Muffey kennt, der sagt immer, über sieben Brücken musst du gehen. Stimmt gar nicht, hier ist eine Brücke. Und hier ist die zweite Brücke. Das reicht, wenn du in mein Camp möchtest. Machen wir ein kleiner Teddy, da sind sie klein. Ich bin dort nur so Teddy mehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß, guten Loot, keine Bugs und ihr mich auch.